Um den in Deutschland vorherrschenden Fachkräftemangel zu bekämpfen, sollen Frauen, die Teilzeit arbeiten, einfach zwei Stunden mehr pro Tag arbeiten. Kitas ihre Öffnungszeiten von 6.30 Uhr morgens bis abends um neun erweitern und dabei einfach Rentner und geflüchtete Ukrainerinnen einstellen. Ganz genau das sind Vorschläge von Peter Adrian, dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Auch wenn das Intro vielleicht so wirken könnte, dass das alles ein großer Spaß ist, nein, diese Aussagen sind tatsächlich so getätigt worden. Mittlerweile kann man schon fast glauben, dass es einen geheimen Preis gibt, bei dem es darum geht, wer in der Öffentlichkeit die miserabelsten und schlechtesten Vorschläge hinsichtlich der Verbesserung des Kitasystems machen kann. Mit den Aussagen aus dem Interview besteht auf jeden Fall Hoffnung auf den ersten Platz. Aber schauen wir uns das ganze Thema mal etwas ernsthafter an. In den letzten Tagen wurden mir von euch etliche Nachrichten mit einem Interview zwischen der BILD am Sonntag und Peter Adrian, dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kurz IHK, zugeschickt. Den Link zu dem Interview findest du in der Videobeschreibung. Peter Adrian vertritt das Interesse von über drei Millionen Unternehmen in Deutschland und repräsentiert diese mit seiner Position als Präsident somit ein Stück weit. Seine Aussagen und Ideen hinsichtlich des Kita-Bereichs, der Arbeit in der frühkindlichen Bildung und dem Elementarbereich haben mich ehrlich gesagt extrem geschockt. Ich weiß gar nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Am besten werfen wir einfach mal einen Blick auf Teile des Interviews. Auf die Frage, was gegen den Fachkräftemangel in Deutschland getan werden muss, antwortete Peter Adrian wie folgt. Bis heute sind Frauen in der Arbeitswelt unterrepräsentiert. Ein Grund? Viele Frauen können schlicht nicht mehr Stunden arbeiten, weil es keine verlässliche Kinderbetreuung gibt. Wenn alle Frauen, die aktuell in Teilzeit beschäftigt sind, durchschnittlich zwei Stunden am Tag länger arbeiten würden, würde das so viel bringen wie 500.000 Arbeitskräfte. Auf die Rückfrage, wie die Kinderbetreuung dafür aufgestellt sein muss, antwortete Peter Adrian der Bild am Sonntag folgendes. Es braucht in den Kitas ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot von morgens halb sieben bis abends neun Uhr. Das schaffen wir nur, wenn wir in den Kitas auch auf Arbeitskräfte zurückgreifen, die vielleicht nicht allen Ausbildungskriterien genügen. Es gibt unter den geflüchteten Ukrainerinnen viele, die problemlos aushelfen könnten. Auch viele Rentnerinnen und Rentner wären bereit, in Randzeiten stundenweise mitzuarbeiten. Diese Antwort besteht aus drei Sätzen, die es in meinen Augen echt in sich haben und für den Bereich der frühkindlichen Bildung mehr als nur ein riesiger Arschtritt sind. Schauen wir uns diese Antwort einmal im Detail, Satz für Satz an. Ich werde zu jedem Satz eine Rückmeldung geben und zu den von mir getätigten Aussagen passende Quellen verlinken. Zu vielen Punkten bin ich in anderen Videos auf diesem Kanal schon im Detail eingegangen. Diese an dieser Stelle noch einmal groß auszuführen, würde viel zu weit führen. Es braucht in den Kitas ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot von morgens halb sieben bis abends neun Uhr. Über die verlängerten Öffnungszeiten generell lässt sich absolut streiten. In meinen Augen sind sie unter den aktuellen Bedingungen und Voraussetzungen hinsichtlich des Betreuungsauftrags, der Fürsorgepflicht und vor allem der Aufsichtspflicht aber absolut nicht tragbar. Darüber braucht man gar nicht weiter zu sprechen. Wieso genau wird sich im Verlauf des Videos noch erklären. Das mit dem bedarfsgerechten Betreuungsangebot klingt vielleicht erst einmal schön, aber auch dieser Punkt ist absolut nicht realistisch umsetzbar. Eine andere Frage, die sich mir dabei aber auch stellt, von welchen Bedarfen spricht Peter Adrian hier überhaupt? Meint er überhaupt die Bedarfe der Kinder oder die der pädagogischen Fachkräfte? Oder vielleicht die der Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen? Oder vielleicht meint er doch die Bedarfe der deutschen Wirtschaft, in der es nur darum geht, dass möglichst viele Menschen möglichst viel arbeiten, um die Wirtschaft voranzutreiben. Das liegt zumindest im Hauptinteressensgebiet der IHK. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die aktuelle Lage und Situation der frühkindlichen Bildung und des Kita-Systems in Deutschland. Es fehlen 2023 in Deutschland 384.000 Kita-Plätze für Kinder und das trotz eines gesetzlichen Anspruchs auf einen Kita-Platz. Bis 2025 fehlen in Deutschland 179.000 Erzieherinnen und Erzieher. Trotz des enorm steigenden Bedarfs werden die Investitionen in den Kita-Bereich seit 2020 von der Politik immer weiter runtergeschraubt. Der Investitionsrückstand, also die Summe, die hätte investiert werden müssen, um ein Mindestmaß an Qualität und Quantität im Bereich der frühkindlichen Bildung zu erreichen, liegt in Deutschland mittlerweile bei 10,5 Milliarden Euro. Um die Größenordnung einzuschätzen, einmal ein Vergleich dazu. Im Bereich Wohnen liegt der Investitionsrückstand bei 1,6 Milliarden Euro. Im öffentlichen Personennahverkehr bei 400 Millionen Euro. Arbeitnehmer sind in Deutschland im Schnitt ca. 19 Tage krank im Jahr. Erzieherinnen und Erzieher sind im Schnitt 34% häufiger krank, nämlich 26,5 Tage pro Jahr. Der Grund dafür sind keine ansteckenden Krankheiten, wie man erstmal meinen könnte, sondern die Auswirkungen der katastrophalen Arbeits- und Rahmenbedingungen. Der Hauptgrund für die Arbeitsunfähigkeit sind nämlich psychische Erkrankungen wie Burnout, Depressionen und Co. Und auch an unseren Kindern gehen diese Bedingungen natürlich nicht spurlos vorbei. Durch gestiegene Anforderungen aufgrund der Pandemie und immer miserableren Bedingungen hat sich die Anzahl der psychisch belasteten Kinder von 20 auf 30% erhöht. Als Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer wird Peter Adrian über diese Lage sicher informiert sein. Daher kann er mit seiner Aussage der noch weiter verlängernden Öffnungszeiten bei steigendem Personalmangel im Kita-Bereich nicht die Bedarfe von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften meinen. Kommen wir zum zweiten Satz. Das schaffen wir nur, wenn wir in den Kitas auch auf Arbeitskräfte zurückgreifen, die vielleicht nicht allen Ausbildungskriterien genügen. Die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher ist nicht umsonst eine anspruchsvolle mehrjährige Ausbildung, in denen es nicht um Singen, Klatschen und Kinderbespaßung geht, sondern komplexe Theorien und Modelle aus den Bereichen der Pädagogik, Psychologie und Soziologie vermittelt werden, gleichzeitig rechtliche Grundlagen, Kommunikationsmodelle und so weiter. Das Ausbildungsniveau der Erzieherausbildung liegt im deutschen Qualifikationsrahmen, kurz DQR, auf Stufe 6. Das ist auf der gleichen Stufe wie ein Bachelorstudium oder ein Abschluss als Meister. Die Qualitätsstufe der Ausbildung wird nicht aus Spaß so vergeben. Es darf nicht auf Arbeitskräfte zurückgegriffen werden, die vielleicht nicht allen Ausbildungskriterien genügen. Zusätzlich gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studiengänge für die Arbeit im Kita-Bereich, beispielsweise Elementarpädagogik oder Kindheitspädagogik. Diese Aussage ist ein weiterer Arschtritt für alle diejenigen, die diese mehrjährige Ausbildung oder das mehrjährige Studium absolviert haben. Wie im vorherigen Bereich schon erwähnt, ist die Qualität im Bereich der frühkindlichen Bildung aufgrund des extremen Personalmangels katastrophal. Über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren vor dem drohenden Kita-Kollaps. Auch in den öffentlichen Medien wird davon schon seit geraumer Zeit berichtet. Betroffenes Fachpersonal ist sich hinsichtlich dessen absolut einig. Die Forderung von Peter Adrian auf Arbeitskräfte zurückzugreifen, die nicht den Ausbildungskriterien genügen, wirkt wie ein Brandbeschleuniger und wird den Kita-Kollaps noch schneller voranbringen. Kommen wir zum dritten Satz. Es gibt unter den geflüchteten Ukrainerinnen viele, die problemlos aushelfen könnten. Auch viele Rentnerinnen und Rentner wären bereit, in Randzeiten stundenweise mitzuarbeiten. Es geht nicht darum, dass ein bisschen ausgeholfen und angepackt werden muss. Ich könnte jetzt viele Punkte von eben hier noch einmal anbringen, aber dann würde ich mich nur wiederholen. In vielen Städten in Deutschland werden mittlerweile Kitas komplett geschlossen oder die Öffnungszeiten massiv eingeschränkt aufgrund des Fachkräftemangels. In Tübingen beispielsweise haben von 43 Kitas nur noch 4 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Grund ist schlichtweg der Personalmangel. Alles andere ist nicht mehr mit Aufsichtspflicht und Co. vereinbar. Was mit diesem Interview aber eindeutig klar wird, dass Herr Peter Adrian wirklich gar keine Ahnung von Entwicklungspsychologie, kindlicher Entwicklung und frühkindlicher Bildung und der großen Bedeutung all dessen hat. Es müsste auch in seinem Interesse liegen, dass Kinder früh bestmöglich gefördert und gefordert werden und nicht nur aufbewahrt unter katastrophalen Bedingungen. Die Bedeutung der ersten Lebensjahre für das gesamte spätere Leben eines Menschen wird in sämtlichen Büchern der Pädagogik und Psychologie mehr als deutlich. Um ein für die Interessen der deutschen Wirtschaft und auch der deutschen Industrie- und Handelskammer kompatibles Argument anzubringen. Ein gut funktionierendes Kitasystem auf einem hohen Bildungsniveau mit hoher Qualität und gut ausgebildeten Fachkräften ebnet den Weg für resiliente, innovative und gut gebildete Fachkräfte der Zukunft. Das würde auch der deutschen Wirtschaft wirklich gut tun. Wie das funktionieren könnte, kann man aus den konkreten Forderungen des Positionspapiers zum drohenden Kita-Kollaps entnehmen. Um es kurz vorweg zu nehmen, das funktioniert über attraktive Ausbildungsmöglichkeiten, einen attraktiven und fairen Job und bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen und nicht dadurch, dass Qualität auf Teufel komm raus durch Quantität ersetzt wird. So wie es aktuell aussieht, werden die Kinder der heutigen Zeit in 15 bis 20 Jahren vor ganz anderen Problemen stehen. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal Erzieherkanal Erzieherkanal